Da hat er in Deutschland noch keiner gesehen. Ja gut, das wäre auch schade drum, wenn man den im Winter fährt, gell. Aber es war immer zufluss, weil sich das nicht rentiert. Mh. Und sie da ist doch. Tank und Batterie. Ja gut, das rentiert sich nicht da rein. Die Batterie, die ins Wehr ist kaputt vom Stechen. Mh. War nicht da so eine drin. Die Größe reingemacht, ja. Können sie wieder zu machen. Die hat auch so eine. Ja, in Weiß. Aha. So, mit dem Dachschuhs noch drauf. Abwärtausschuss und so. Hm. Richtig war mit der Familie. Ich bin ja so alt. Das Dach ist auch wohl neu gemacht worden, ne. Es kostet alles ein Glieder und ein Knopf an den Dingen. Naja. Ich hab da so ein Bremskilinder verschickt. Naja. Die haben sogar 50 Euro gekostet. Aha. Das geht ja wirklich. Können sie mal anmachen? Naja. Moment mal. Mal kippe ich jetzt raus. Jaja. Ich hab noch nicht drin geraucht. Nur die Ruhe. Na. Kann man da noch rein filmen schnell. Die Kilometer sind die authentisch. Gehe ich davon aus. Ich will das. Äh. Lass nicht so manch. Das Ersatzrad ist da hinten drin, weil ich hätte die Batterien. Ja. Ja. Äh. Äh. Ja. 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 Guck ich gern mal. Ja. 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 Dann würde ich sagen, dann fahren wir mal. Ein paar Meter machen wir die rote Nummer dran. Dann geht's los.